Vor einiger Zeit kam eine Bestellung von mir bei mir an, auf die ich so gespannt war wie in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich auf nichts sonst. Der Grund dafür, sowas habe ich noch nicht gesehen. Außerdem, dass das wirklich funktionieren soll, das konnte ich nicht ganz glauben. Das hier ist ein sogenannter T-Clip. Noch nie was davon gehört, oder? Ich nämlich bis vor kurzem ehrlich gesagt auch nicht. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt auf dieses Teil gekommen bin. Doch als ich die Idee dahinter gelesen habe, war klar, dass ich sowas brauche. Denn es klingt nach einem idealen Weg, um ganz simple Dinge super kompliziert zu machen. Ob ich damit falsch schlage, dazu komme ich gleich noch. Aber erstmal, was ist ein T-Clip. T-Clip ist ein kleines Plastikteil von der Firma T-Rock aus Tirol. Das T-Clip hat die Aufgabe, Kletterer dabei zu unterstützen, sicherer zu klettern, weil sie mit Hilfe dieses Teils letztlich sicherer klippen können. T-Rock selbst sagt, dass man mit diesem Teil sicherer und hygienischer beim Klettern unterwegs sein kann, weil man beim Klippen nicht mehr ins Seil beißen muss. Die Idee ist also folgende. Normalerweise würde ich, wenn ich einen weiten Clip in Kauf nehmen muss, was ohnehin schon eher suboptimal ist. Erstmal das Seil hochziehen, dann an der weitesten Stelle das eines eingeholten Seils ins Seil beiße und dann nochmal nach unten nachgreife. Nach dem Nachgreifen habe ich dann ausreichend Schlappseil, um einen sehr hohen Clip auch klippen zu können. So, aber T-Rock sagt, das ist blöd, weil es gefährlich ist und Seile dreckig sind und so weiter. Deshalb haben sie sich diesen Plastik-Clip ausgedacht. Der perfekte Zahnersatz, könnte man sagen. Der wird letztlich per Klettverschluss am Klettergurt seitlich befestigt, sodass er möglichst stramm sitzt und nicht weiter verrutschen kann. Nun sieht die Theorie so aus. Greift man bei einem hohen Clip nach dem Seil, nimmt man es beim ersten Hub nicht in den Mund. Man steckt es stattdessen an der gleichen Stelle, wie man es eigentlich in den Mund genommen hätte, in diese kleine Plastikvorrichtung. Diese ist nach unten hin leicht zulaufend. Soll heißen, je stärker ich das Seil drin versenke, umso besser hält es drin, weil es danach quasi wieder etwas breiter wird. Raus soll es aber angeblich jedenfalls immer ganz einfach gehen. Heißt in Kurzform Seil nachholen, in den T-Clip stecken, Seil nochmal nachholen und dann klippt man einfach, ohne das Seil am T-Clip zu beachten. Denn die Theorie von T-Rock ist, dass sich das Seil dann automatisch durch die Spannung aus dem T-Clip zieht und die Schlaufe und damit Länge erweitert. Also kann man oder könnte man sagen, das T-Clip lässt das Seil los, wenn wir sozusagen kurz vorm Klippen den Mund öffnen würden. De facto verbringt das Seil im Mund eines Kletterers bei geübtem Vorgehen ungefähr drei Sekunden. Diese drei Sekunden können aber tatsächlich sehr gefährlich sein. Denn hier kommt ein großes Problem unseres Sports ins Spiel. Die meisten von uns nehmen die Zähne als Zwischenablage fürs Seil. Das ist eine schnelle und einfache Methode, um viel Seil einzuholen, weil man weit über den Kopf klippen muss. Selbst die besten Kletterer der Welt, die Profis, die Wettkampfkletterer, alle machen sie es im Prinzip vor. Das Problem ist jedoch, dass in diesen drei Sekunden eine ganze Menge schief gehen kann. Rutscht man in dem Moment aus, in dem man auf das Seil beißt, löst ein Schreckreflex aus. Die meisten Menschen krampfen dann kurz unterbewusst die Muskeln zusammen. Dabei würde man sehr fest auf das Seil beißen. Das alleine ist noch nicht ein großes Problem. Doch was, wenn die Zähne in ihrer Position verharren und das Seil weiter festhalten? Schließlich haben wir jetzt bereits eine Seilschlaufe und diese gerät durch den Sturz natürlich auf Zug. Wir müssten also am Seil mit unseren Zähnen unser komplettes Sturzgewicht auffangen. Und dass das möglich ist, das glaubt hoffentlich wohl nicht wirklich jemand. Die Folge ist, dass einem die plötzliche Straffung des Seils, das Seil inklusive der Zähne, aus dem Mund reißt. Dabei können im Zweifelsfall auch wichtige Teile des Kieferknochens beschädigt werden, da die Zähne nicht einfach gezogen werden, sondern nach vorne in die Zugbelastung ausgerissen werden. Das zieht letztlich eine sehr schwere Verletzung nach sich, die man wirklich niemandem wünschen will. Deshalb hat sich der Entwickler hinter T-Rock eben diese alternative Lösungsmethode für dieses Problem ausgedacht. Nun aber in die Praxis, an die Technik wand. Was kann dieses Ding eigentlich wirklich? Die T-Clips. Gut, das sind jetzt in dem Fall zwei, denn das ist eigentlich der erste Punkt, über den ich natürlich sprechen möchte. Die Dinger gibt es einzeln zu kaufen. Sie machen aber natürlich nur im Doppelpack Sinn. Das heißt, einer hängt links dran und so hier, einer und einer hängt rechts am Klettergurt. Denn natürlich manchmal klippe ich mit rechts und manchmal klippe ich mit links. Es ist auch ausreichend Platz für sehr breite, sehr dicke Klettergurte. Ich persönlich habe einen recht breiten, einen recht hohen quasi Klettergurt und da hat man dann, wie man sehen kann, auch einiges am Platz, dass man den da einhängt. Wie funktioniert das Ding jetzt in der Praxis bzw. wie gut hat es letztlich funktioniert? Im Prinzip ist es so, je dicker der Seildurchmesser ist, umso leichter gleitet das Seil, wenn es ein weicher Mantel ist, rein und bleibt dann auch relativ gut stecken. Bei einem dickeren Seil ist das Problem, dass es dann etwas schwerer wieder rausgeht. Bei einem sehr dünnen Seil, ich habe zum Beispiel Seile 8, 7er, 8, 9er Einfachseile, bei denen funktioniert es grundsätzlich auch. Das einzige Problem, das man bei dem hat, ist, man muss es etwas aktiver da rein drücken, damit es dann auch wirklich drin bleibt, weil wenn es sozusagen nur im oberen Teil dieser, also dieser kleinen Pyramide, wenn man sich das mal so anschaut oder diese kleine Rampe hängen bleibt und nicht ganz durchrutscht, versteht sich, dann hat man das Problem, dass es manchmal einfach wieder rausfällt, wenn man sich dann noch mal bewegt oder beim Nachholen noch mal irgendwie eine Bewegung in das Seil bringt. Das heißt, es ist schon relativ empfindlich, also man muss sich halt überlegen, habe ich ein dickes Seil, dann reicht es, wenn ich das quasi einmal mit einem kleinen Ruck da reinstecke. Wenn ihr ein sehr dünnes Seil habt, dann sollte es auf jeden Fall ganz drin sein, weil es sich sonst wieder rauslöst. Wenn es mal da unten in dieser Kuhle drin ist, hinter dieser Verengung quasi, dann kann auch im Prinzip nichts mehr schief gehen und das ist halt recht positiv. Jetzt zu der Frage, ob es in der Praxis überhaupt wirklich relevant ist. Das muss ich sagen, es ist schon wahnsinnig schwierig, am Anfang da reinzukommen, das hier zu verwenden und hier an den Gurt zu schauen und an den Gurt zu greifen. Nach ein paar Übungsrunden und nach ein paar Mal verwenden braucht man das auch nicht unbedingt mehr, dass man hinschaut, wo habe ich eigentlich den Clip versteckt. Das ist so ein bisschen wie beim Chalkback. Ich weiß genau, wo ich hingreifen muss. Nach ein paar Tagen und Wochen weiß ich genau, wo mein Chalkback ist und ich weiß genau, wo meine Expressen hängen. Das sind Dinge, die kommen mit der Übung einfach rein. Ich glaube, dass erfahrene Kletterer nur sehr oft schon verlernt haben, wie das ist, wenn man sozusagen sich an was Neues gewöhnen muss beim Klettern, weil sich nach den ersten zwei Wochen ja nie wieder irgendwas signifikant ändert. Deshalb, ich kann gut nachvollziehen, wenn man sagt, sowas will ich nicht, sowas brauche ich nicht, sowas habe ich die letzten 20 Jahre auch nicht gebraucht. Ich will nur an dieses Argument erinnern, dass das einfach kein gutes Argument ist. Denn das ist das gleiche Argument, das die Leute früher beim sichern mit dem HMS irgendwie gebracht haben. Ich habe die letzten 20 Jahre mit dem HMS gesichert, jetzt brauche ich doch keinen Tuber. Und das haben die Leute dann gebracht, als der Grigri rauskam. Ich habe die letzten 20 Jahre mit dem HMS gesichert, wozu brauche ich jetzt einen Grigri? So, dieses Argument ist halt nicht recht valide. Eine Verbesserung der Technik oder eine Verbesserung des ganzen Systems oder des Sports ist nicht immer nur dadurch gegeben, dass etwas, weil es schon ewig funktioniert hat, weiterhin gut ist, sondern auch durch Innovationen und neue Ideen. 100% innovativ ist dieses kleine Plastikclip jetzt nicht. Es ist ein Plastikclip. Also von der Idee her kann man sowas schon mal gesehen haben. Aber für den Klettersport so optimiert ist es halt wirklich interessant und es funktioniert halt auch ganz gut. Zum Thema ganz gut muss ich halt schon sagen, neun von zehn Mal funktioniert es, ein von zehn Mal funktioniert es nicht. Entweder man hat es nicht tief genug geklippt, dann fällt das Seil wieder raus, man fängt den ganzen Scheiß von vorne an oder man klippt zu tief oder ein sehr dickes Seil verheddert sich dann da drin und wenn man dann klippen möchte, kommt es nicht von selber raus, sondern man muss dem Ganzen so einen kleinen Ruck geben, damit es rauskommt und damit man dann die komplette Seillänge wieder frei hat, um zu klippen. Beide Punkte sind nicht ideal, sie passieren jedes zehnte Mal leider, weil so ein Plastikclip halt auch wirklich nur ein Plastikclip ist. Da steckt keine spezielle Mechanik dahinter oder sonst was. Das Ding biegt sich einfach zurecht, wenn das Seil drin ist. Und wenn das Seil wieder rauskommt, dann biegt es sich halt immer wieder zurecht. Es funktioniert manchmal auch zehn von zehn Mal. Es braucht halt auch ein bisschen Übung, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber da komme ich nur auf meinen alten Punkt zu sprechen. Wenn man das klassische Klippen kennt, das braucht auch Übung. Das Einhängen vom Seil braucht auch Übung. Man muss sich jetzt einfach nur selber die Frage stellen, sieht man darin einen Mehrwert oder nicht? Ich persönlich sehe darin einen Mehrwert. Wenn es einmal am Klettergurt hat, dann nimmt man es immer automatisch mit und kann es verwenden. Man muss nicht daran denken. Die Dinger können am Klettergurt bleiben. Sie wiegen nichts. Es ist halt Plastik mit Klettverschluss. Ich weiß nicht mal... Insofern, das ist schon ein cooles Investment, wenn man es denn nutzen möchte. Wenn man sagt, ich habe mir da schon oft drüber Gedanken gemacht. Das wirkt irgendwie ungesund. Das kann im Zweifelsfall wirklich schief gehen. Gibt es da nicht eine Lösung. Dann kann man sich sowas kaufen. Wenn man mit seiner Technik, wie man klippt und so weiter zufrieden ist, was ich bis vor kurzem ja auch war. Es ist ja hier im Prinzip ja nur der Fall, weil es jetzt sozusagen, weil es mich einfach interessiert hat, wie gut funktioniert das Ding. Wenn man sagt, man ist zufrieden damit. Das ist mir egal. Ich habe das unter Kontrolle und ich will das auch so beibehalten. Die Gewohnheit ist gut. Dann braucht man sowas halt auch nicht. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde es cool. Ich finde in den letzten Wochen, seitdem ich das Ding habe, hat sich für mich ein bisschen eingestellt, wie unangenehm das eigentlich ist, wenn man mit den Zähnen aufs Seil beißt. Wenn man auf einer Platte steht und die schmierig ist und man irgendwie einen schlechten Griff noch in der Hand hat und dann versucht man mit der einen Hand zu klippen und beißt aufs Seil. Mir ist das erst dann aufgefallen, wie unangenehm das ist. Und ich möchte auch dafür sagen, das soll jetzt hier kein Werbeclip für dieses Ding sein. Ich bekomme dafür kein Geld, dass ich jetzt hier über das Ding spreche. Es ist einfach wirklich was, worüber man nachdenken kann, worüber man nachdenken sollte. Aber unterm Strich 100 Prozent brauchen tut man es nicht. Aber das ist halt dasselbe Argument wie damals beim Grigiri. Den hat auch keiner gebraucht und heute sieht man in der Kletterhalle eigentlich kaum noch was anderes. Und damit zum Fazit. Kommen wir also zum Fazit. Das Ding kostet stolze 28 Euro. Mit 28 Euro kann man viele Kleinigkeiten kaufen. Und genau so eine Kleinigkeit ist eben auch das T-Clip. Es ist nicht die Revolution, die ich mir erhofft hatte, aber das ist nun mal auch meiner eigenen Erwartungshaltung geschuldet gewesen. Insofern bleibt die Frage, lohnt sich das Ding? Und da habe ich eine ganz klare Meinung. Das Ding lohnt sich zu 100 Prozent, wenn man es dann auch letztlich wirklich nutzt. Denn eines ist wirklich ein großes Problem. Die Gewohnheit ist eine echte Sau. Sie kommt immer wieder. Und selbst als ich das Ding immer am Gurt hatte, ich habe mich unzählige Male erwischt, in denen ich das Sein in den Mund genommen habe, anstand es an den T-Clip zu stecken. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern schlichtweg, weil ich es nach so vielen Jahren und tausenden Stunden klettern diese Bewegung einfach derart verinnerlicht ist, dass man das durch ein neues, kleines Gadget nicht von heute auf morgen im Prinzip wegbekommen kann. Deshalb ist es trotz T-Clip am Anfang tatsächlich eine schwierige Sache. Trotzdem bleibe ich dabei. Wenn man gerade nicht an den Obergrenzen des menschlich Möglichen klettert, dann ist das tatsächlich eine coole Sache. Denn die neun von zehn Mal, in denen das T-Clip mein Seil ohne Widerstand wieder freigegeben hat, reicht für den Hobbykletterer vollkommen aus. Und das eine von zehn Mal, ja, das braucht man dann halt eben etwas Kraft, um sozusagen mit einem gesunden Ruck das Seil aus dem T-Clip zu befreien. Aber festgesteckt ist es tatsächlich kein einziges Mal bei unzähligen Testversuchen. Und ich bin tatsächlich jemand, den auch ein von zehn Mal so hart ärgern würde, dass ich das Teil am liebsten in den Müll schmeißen würde. Aber nach einer Zeit ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es mit etwas Übung immer seltener passiert und irgendwann eben, ja, gar nicht mehr. Ob man sowas jetzt braucht oder nicht, ja, ihr kennt das ja ab. Das müsst ihr natürlich immer für euch entscheiden. Das war heute ein sehr spezifisches Testvideo. Ich weiß, ab ab den ein oder anderen wird es von euch ja letztlich hoffentlich doch was gebracht haben und zumindest unterhalten haben oder interessiert haben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer natürlich eine wunderschöne Zeit und Bergheil.